Mit wem telefonieren Terroristen? Wer besorgt sich Kinderpornografie aus dem Netz? Um das zu ermitteln, sagen uns alle Ermittlungsbehörden, alle Fachleute, brauchen wir die Speicherung von Verbindungsdaten. Wir müssen unter engen rechtsstaatlichen Voraussetzungen Zugriff auf solche Daten haben. In vielen europäischen Ländern, in unseren Nachbarnländern ist das möglich. Und um schwerste Straftaten aufklären zu können, um Kinderpornografie bekämpfen zu können, brauchen wir dieses Ermittlungsinstrument auch in Deutschland. Darüber wollen wir mit Fachleuten beraten und ich lade Sie herzlich ein, diese Beratungen zu verfolgen und sich auch selber einzubringen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017